So ihr Lieben, in diesem Video klären wir ein für alle Mal die immer und immer wieder aufkommende Frage und Diskussion Haben Autisten nun Empathie oder nicht? Ja, wenn man sich in Fachbüchern umsieht, wird man immer wieder auf die Aussage stoßen, dass Menschen mit Autismus große Probleme bzw. Einschränkungen im Bereich der Empathie haben. Und das ist ja auch eine Aussage, die ich auf meinem YouTube-Kanal hier immer und immer wieder getroffen habe und gesagt habe, genau das ist doch so charakteristisch für das ganze Phänomen Autismus. Auf der anderen Seite findet man natürlich auch viele Blogartikel im Internet oder findet Postings auf Facebook, auf Instagram, wo das genaue Gegenteil behauptet wird, wo also gesagt wird, nein, es ist überhaupt nicht richtig, dass Autisten keine Empathie hätten. Autisten sind mitunter sogar hoch empathisch. Ja, und das ist natürlich eine Diskrepanz, welche immer und immer wieder zu vielen Verwirrungen und Missverständnissen führt. Und deswegen werden wir in diesem Video dieses ganze Knäuel einmal auseinandernehmen und schauen, woher kommt diese Diskrepanz und wie ist es denn nun wirklich? Haben Autisten nun Empathie oder nicht? Ja, das ganze Problem kommt dadurch zustande, dass der Begriff Empathie uneinheitlich definiert und verwendet wird. Gerade von Laien und auch Aktivisten und Aktivistinnen ist es sogar so, dass in den Begriff, in diesen großen Topf Empathie alles hineingeworfen wird, was irgendwie mit Zwischenmenschlichkeit zu tun hat. So habe ich letztens zum Beispiel ein Posting auf Instagram gesehen zum Thema Autismus und Empathie von einer Dame, die auch meinem blauen Autismus-Instagram-Kanal folgt. Das könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne tun. Hier blende ich euch mal meinen Autismus-Instagram-Kanal ein. Und ja, in diesem Posting von dieser Dame hieß es dann, dass es ein absoluter Mythos sei, dass Autisten keine Empathie hätten, denn sie sei Mutter eines autistischen Jungen und ihr autistischer Junge hätte vor kurzem erst die Katze, die dieser Junge haben würde, diese Katze hätte im Schlaf miaut. Und dann hätte dieser autistische Junge die Katze aufgeweckt, weil sie halt einen Albtraum hätte und hätte dann die Katze zu sich ins Bett geholt und so weiter und so fort. Und daran würde man ja sehen, wie hoch empathisch Autisten sind. Ja, also, es wird allgemein leider sehr, sehr viel in diesen Topf Empathie hineingeworfen. Der Begriff Empathie wird häufig maximal ausgedehnt und alles wird unter Empathie verstanden, was irgendwie zum zwischenmenschlichen Bereich gehört und was natürlich positiv konnotiert ist. Ja, Empathie haben, das wird momentan in der aktuellen Diskussion hochgejubelt. Das Wichtigste, das Beste ist es, Empathie zu haben, hoch empath zu sein. Menschen, die keine oder wenig Empathie haben, so wie autistische Menschen, aber ich will hier nicht zu sehr vorgreifen, werden da teilweise sogar als böse dargestellt. Und deswegen ist es natürlich auch klar, dass man nicht möchte, dass das eigene autistische Kind Probleme im Bereich der Empathie hätte. Deswegen wollen natürlich auch Autisten nicht, dass sie selber Probleme im Bereich der Empathie haben, weil es eben so positiv dargestellt wird, empathisch zu sein. Und mitunter, leider, ich bin natürlich nicht dieser Meinung, ich hoffe, dass es klar, als schlecht, als verwerflich, als böse dargestellt wird, im Bereich der Empathie Probleme zu haben. Ja, das heißt also, wir müssen jetzt erst einmal gucken, um zu verstehen, warum, ja, vor allen Dingen auch die Laienbeiträge sich von den Fachbeiträgen aus Fachbüchern so sehr unterscheiden. Wie ist denn jetzt eigentlich der Begriff Empathie ganz genau im strengen Sinne definiert? Ja, und nach der strengsten wissenschaftlichen Definition meint Empathie das spontane und automatisierte Empfinden der Emotion eines anderen in der jeweiligen Situation bei gleichzeitigem Verstehen dieser Emotion und unter Aufrechterhaltung der selbst anderer Differenzierung. Wow, ja, die Quelle zu dieser Definition habe ich euch ins Video eingeblendet, packe ich euch aber auch nochmal zum Nachlesen in die Videobeschreibung. Das ist die Definition aus dem Dorsch-Lexikon für Psychologie. Empathie und, ja, das ist eine sehr strenge und sehr, sehr wissenschaftliche Definition. Was besagt jetzt diese Definition ganz genau? Diese Definition besagt, dass Empathie nur dann stattfindet, wenn man in einer Situation und ohne darüber nachzudenken, also automatisiert, ja, also intuitiv eine bestimmte Emotion in sich selber nachempfindet, die ein anderer gerade in sich trägt und an mich kommuniziert. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass ich nach wie vor differenzieren kann, dass das, was ich gerade in mir empfinde, eigentlich die Emotion meines Gegenübers ist. Das heißt, damit ist nicht gemeint, dass ich selber aufgrund des anderen bestimmte, ja, Emotionen für mich selber entwickle, dass ich emotionalisiert werde, weil ich zum Beispiel jemanden anderen in einer misslichen Lage sehe. Nein, das, die Emotion, die ich in mir habe, ist die Emotion eines anderen und das weiß ich auch. Ja, und gleichzeitig muss ich diese Emotion auch kognitiv verstehen können, die ich da in mir gerade empfinde. Das ist die strenge Definition des Begriffes der Empathie. Und auch noch ganz, ganz wichtig als Verdeutlichung, als Anmerkung, dieser Zustand, dass ich die Emotion eines anderen in mir empfinde, wird auch nur so lange aufrechterhalten, wie der andere diese Emotion hat und an mich kommuniziert. Ganz, ganz wichtig. Es handelt sich also nicht um eine, ja, es ist eine Live-Thematik, nicht zeitverzögert. Das heißt, mit Empathie ist nicht gemeint, dass ich zum Beispiel Stunden später in mir Trauer empfinde, weil ich darüber nachdenke, dass mein bester Freund vorhin bei unserem Treffen, das wir gehabt hatten, auch traurig war. Das ist nicht Empathie. Es geht immer um just den Moment, das ist Live in der jeweiligen Situation. Ja, wir sehen also, Empathie ist eigentlich eine sehr eng umgrenzte Sache. Und hier kommen wir natürlich auch schon der Sache sehr viel näher, warum Autisten mit dem Bereich Empathie Probleme haben. Wir müssen jetzt natürlich noch einige Sachen abgrenzen, mit denen Autisten auch mitunter Probleme haben, das werde ich gleich genau erläutern, oder mitunter auch keine Probleme haben. Wir wissen ja, dass Autisten häufig zum Beispiel gut dazu in der Lage sind, durch rationales Nachdenken das Verhalten anderer Leute vorauszusagen. Was wiederum fälschlicherweise, weil wir haben es ja schon gesagt, der Begriff Empathie wird sehr überdehnt, dann einfach zur Empathie gezählt wird und gesagt wird, ja, aber Autisten können ja die Absichten anderer Leute erkennen, deswegen haben sie doch Empathie, ist doch damit bewiesen. Nein, weil das eben keine Empathie ist. Also, unbedingt davon abzugrenzen sind das rationale Reflektieren über die Gedanken und Emotionen anderer Menschen. Das ist die sogenannte Mentalisierung. Das Erkennen und Vorhersagen von Glauben, Intention und Überzeugungen anderer Menschen. Theory of Mind und übrigens auch zu wissen, was man selber für, an was man selber glaubt, was man selber für Intentionen und Überzeugungen hat. Das gehört auch noch dazu. Und davon abzugrenzen, ganz, ganz wichtig, eigene Gefühle und Emotionen zu haben, sowie im Nachhinein rational über andere nachzudenken und dabei emotionalisiert zu werden. Über andere nachzudenken und dabei emotionalisiert zu werden, das ist jetzt natürlich eine Mischung, ist jetzt natürlich eine Mischung von Mentalisierung, ja, Theory of Mind und eigene Gefühle und Emotionen zu haben. Es ist also ein Mischprodukt. Warum ist es so wichtig, hier nochmal zu betonen, das von Empathie abzugrenzen ist, eigene Gefühle und Emotionen zu haben? Weil ja in der ganzen Debatte auch immer wieder betont wird, dass man heute wissen würde, dass natürlich Autisten Gefühle hätten. Sie hätten nur Schwierigkeiten, eben Gefühle bei anderen zu erkennen und selber auszusenden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Meine persönliche Überzeugung ist, dass auch selbst zu emotionalisieren, eigene Gefühle und Emotionen zu haben, dass das häufig damit verwechselt wird, empathisch zu sein. Ja, ganz, ganz wichtig. Folgendes Beispiel zur absoluten Verdeutlichung. Wenn ich in einem Zeitungsartikel über eine Flutkatastrophe lese, es ist nur ein Beispiel und dabei negative eigene Emotionen entwickle, emotionalisiert werde, weil ich darüber nachdenke, Mann, was ist da vielen Leuten Schlimmes passiert? Auch umgangssprachlich wieder, weil hier alles in einen Topf geworfen wird, wird das dann eben häufig zu empathischem Verhalten gezählt. Aber das ist es natürlich nicht, denn wir befinden uns hier nicht live in der Situation. Wir lesen nur etwas in der Zeitung. Ganz, ganz wichtig. Es ist ja nicht mal eine andere Person anwesend. Deswegen ist es ja so offensichtlich, dass es sich ja eigentlich gar nicht um Empathie handeln kann, weil ich lese ja nur einen abstrakten Text. Ein bisschen komplizierter, aber im Endeffekt die gleiche Sache ist es natürlich, wenn da jemand gegenüber steht, wenn ich einen gegenüber habe und der mir halt irgendetwas aus seinem Leben erzählt und ich dann davon emotionalisiert werde. Aber auch hier ganz, ganz wichtig. Es könnte ja sein, dass der andere unemotional, ohne gerade negative Emotionen in sich zu haben, von einem Schicksalsschlag erzählt. Zum Beispiel, weil er diesen Schicksalsschlag schon verarbeitet hat oder weil er grundsätzlich abgebrüht ist. Und wenn ich dann hierbei negative Emotionen entwickle, dann sind das wieder meine eigenen negativen Emotionen. Das hat nichts mit Empathie zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier muss wirklich abgegrenzt werden. Ja, und wir sehen jetzt natürlich auch, wir sehen jetzt natürlich auch, warum dieser Instagram-Post, den ich am Anfang dieses Videos angesprochen habe, dass dort ein autistischer Junge eine Katze weckt, die Miaut hat im Schlaf, weil sie angeblich, das Wort angeblich ist ganz, ganz wichtig, hier Albträume gehabt hätte, warum das keine Empathie und überhaupt null und nichts und gar nichts ein Beweis für Empathie ist. Das ist keine Empathie. Ja, das ist bestenfalls noch Mentalisierung, aber keine Empathie. Und gerade im Hinblick auf dieses Beispiel, da wird es sehr, sehr offensichtlich eigentlich, was die nächste Eskalationsstufe beziehungsweise die nächste Ebene des Dilemmas in dieser ganzen Haben-Autisten-Empathie- oder Nicht-Empathie-Debatte nun eigentlich ist. Wenn jetzt das Kind seine Katze aufweckt, weil es im Schlaf Miaut hat und das Kind dann sagt, meine Katze hatte einen Albtraum, deswegen muss ich sie wecken und deswegen hole ich sie zu mir ins Bett, möchte ich, und ich hoffe, dass ich durch diese Kritik, welche ich hier anbringe, jetzt nicht als der Kinderschreck dastehe oder so wirke, möchte ich die Frage stellen, hatte denn die Katze tatsächlich einen Albtraum oder hat das, ja, das Kind, das einfach in die Katze, in das Miauen, ich meine, da ist eine Katze, die jetzt einfach miaut im Schlaf, hat das einfach interpretiert, hineininterpretiert, dass der Katze unterstellt, ja, das war die Überzeugung des Kindes, aber ich möchte nochmal die Frage stellen, hatte denn die Katze tatsächlich einen Albtraum? Denn das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn wir über Begriffe sprechen, wie Mentalisierung, wie Theory of Mind und auch über Empathie, denn wir müssen uns ja immer vorstellen, wenn jemand eine gute Mentalisierungsfähigkeit hat, eine gute Empathiefähigkeit hat, dann doch wohl nur, wenn das, was wir im Anderen erkennen, beziehungsweise was wir meinen, dass der Andere, was wir gerade für eine Emotion im Fall der Empathie in uns haben, die ein Anderer an uns sendet, wenn das auch korrekt ist. Wir wollen doch nicht so weit gehen und sagen, jemand hat eine gute Mentalisierungsfähigkeit, wenn er einer anderen Person einfach Gedanken und Emotionen unterstellt, der die allerdings gar nicht hat, oder wenn ich in mir Trauer empfinde als Emotion und meine, das ist das, was der Andere jetzt gerade an mich aussendet. In Wahrheit tut das die andere Person gar nicht. Die andere Person ist vielleicht sogar gerade fröhlich, ist sozial häppig. Das heißt, dass ich, ja, ich möchte sagen, empathische Fehlleistungen begehe und natürlich auch mitunter Fehlleistungen vielleicht andere Leute einzuschätzen, mich in die kognitiv hinein zu versetzen und so weiter und so fort. Nochmal, also um es zu verdeutlichen, was ich hier sagen möchte. Sehr empathische Menschen liegen auch richtig mit ihren Emotionen und ihrer Empathie. Und Menschen, die gut darin sind, sich in andere hinein zu versetzen, liegen auch richtig mit dem, was sie glauben, dass andere Menschen für innere Zustände, Absichten, Gedanken und so weiter hätten. Es geht hier nicht, es kann nicht sein, dass jemand als empathisch oder whatever gilt, wenn er ständig und am laufenden Band diesbezüglich Fehlleistungen vollbringt. Zumindest ist das nicht für mich der Inbegriff eines empathischen oder whatever Menschen. Und hier sind wir doch schon ganz tief im Kaninchenbau Autismus und Empathie. die auch ich mit der Diagnose Asperger-Syndrom fünfmal erhalten, weil ich leider immer und immer wieder natürlich auch bei Psychologen-Fachstellen vorstellig wurde, als noch jüngerer Mensch. Auch ich habe lange gedacht, ich wäre ein Genie in Empathie, weil ich anderen Leuten einfach Dinge unterstellt habe, Emotionen unterstellt habe, die sie eigentlich gar nicht hatten und dann darauf beharrt habe und weil ich auch das ganze Konzept der Empathie vollständig missverstanden habe. Und gerade, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, es mag natürlich Autisten geben, welche die Fähigkeit zu einer Rest-Empathie haben. Aber wenn es natürlich darum geht, auch sehr subtile Emotionen anderer Menschen in sich selber zu erkennen, zu verstehen und vor allen Dingen nachzufühlen, da haben Autisten häufig Probleme. Nur weil jemand keine großen Schwierigkeiten hat, grobe Gefühlsäußerungen anderer Leute aufzunehmen, selber in sich selbst zu empfinden, heißt das natürlich nicht, dass das bei sehr ausdifferenzierten oder subtilen Emotionen auch funktioniert. Ja, und das alles bringt uns dem Verständnis sehr viel näher, ob autistische Menschen nun Empathie haben oder nicht. Die Empathie ist in 99,9% der Fälle, ich möchte sogar behaupten, in allen Fällen bei Autismus zumindestens stark eingeschränkt, zumindestens entwicklungsverzögert. Und das trifft übrigens nicht nur für die reine, nach strenger Definition, nach der streng definierten Empathie zu, sondern ebenfalls für die Mentalisierungsfähigkeit, ebenfalls für die Theory of Mind. Auch in diesen Bereichen sind ganz, ganz viele Menschen mit Autismus zumindestens stark entwicklungsverzögert. Viele haben aber auch ihr Leben lang Probleme, auch mit Mentalisierung, auch mit Theory of Mind. Und somit, das ist natürlich eine pauschale Aussage zum Schluss. Nein, Autisten haben keine, beziehungsweise keine gute Empathie per Definition des Autismus-Konzeptes an sich. Und das ist aber auch nicht negativ. Das ist nichts Schlimmes. Niemand ist ein böser Mensch, nur weil er nicht empathisch ist. Niemand, das kann man niemandem zum Vorwurf machen. Man muss sich nicht dafür schämen, man muss sich das nicht zum Selbstvorwurf machen. Ich sage ja selber immer wieder, ich habe nur eine sehr, sehr schlechte Empathie. Und trotzdem behaupte ich, bin ich ein, ja, bin ich ein netter Mensch, ein liebenswerter Mensch, anderen Menschen positiv zugewarnt, bin, möchte, dass andere Menschen glücklich sind, lege mein oder berichte mein Leben darauf auf, das Glück und die Liebe und die Zufriedenheit anderer Menschen zu befähigen, zu befördern. Und genau so geht es doch auch fast allen anderen Autisten. Und deswegen ist es gar kein Problem, wenn auch manchmal, ja, etwas hakelig, etwas nervig, vielleicht ein praktisches Problem in mancher Hinsicht, aber es ist, was die Bewertung gut oder schlecht anbelangt, überhaupt nicht schlimm daran, dass ich und alle anderen Autisten auf dieser Welt vielleicht nicht die größten Empathiebolzen sind, die so rumlaufen. Ja, das war jetzt mal ein sehr, sehr komplexes und anspruchsvolles Thema. Ich hoffe aber, dass ich mit diesem Video und mit der Darreichung der genauen Definition von Empathie ein bisschen aufklären und weiterhelfen konnte. Wenn euch solche Videos zum Thema Autismus interessieren, abonniert natürlich gerne diesen Kanal. Schaut auch mal hier unten rechts von mir unten in meiner Autismus-Playlist vorbei. Da werdet ihr ganz, ganz viele Videos zum Thema Autismus finden. Und hier oben habe ich noch eine Video-Empfehlung für euch. Ich bedanke mich für immer für eure Aufmerksamkeit. Haltet wie immer die Ohren steif. Und bis zum nächsten Mal.